hi leute hier ist mein name ist haffel und willkommen zu einem weiteren let's play von world of things auf der xbox one wir fangen jetzt mit der zu 85 an ich hoffe dass wir jetzt ein gutes match bekommen wenn nicht ja was soll ich sagen ich bekomme ein bisschen zu viele nachrichten auf skype mein geschmack ist ein bisschen zu viel endlich wieder internet also ich glaube das andere gerade auf facebook er liebt den sport wohl in frieden kleiner man er soll die stegerei einsammeln bei bestem schade ja das ist schon traurig wenn so ein so ein kind beim baseball spiel stirbt wenn ich schade noch nicht registrieren sogar so ich weiß nicht was mit dem leuten aus schlagen da aber nur drauf oder überlegen sie nicht nach was sie machen ich würde bei so welchen veranstaltungen mit meinem kind überhaupt nicht gehen das ist echt mit ein kleines kind doch nicht das sind hooligans und so weiter das weiß doch jeder also ich würde bei sowas nicht hingehen der ist da schon alles gesehen habe und und live auch gesehen habe und ist nicht gut wenn ich nicht hingehen das war mit kind na ja was soll man tun ist das so passiert tausend mal am tag na ja tausend mal nicht glaube ich aber auch genug die sind da alle hinten ich glaube die könnten dann die sind die sind die sind die sind die sind die ja ihr wisst also also die gehen alle dorthin wo die meisten sind und fertig erhielt mir doch was muss mit euch man könnte ich jetzt schon schreien so ihr so steht der vk ist hier oben also hier steht die stufe 2 das bedeutet die stufe dem schon was die zahl also ab hier ist 4 1 also wie damit jeder gemacht hat also wie und das geführt hat sich jetzt vorfahren kann also wenn es ist mit der mensch dann haben wir meist meistens gemacht also schoss halt also eigentlich was jetzt hier los ist wieso fährt hier gar keine speed das ist so dumm ganz ehrlich das ist so wieso wieso fahren die anderen nicht mal mit guter schoss ja ich will jetzt nicht sagen egal ich hoffe ihnen da fällt wir haben sie böse erwischt glück schoss jetzt hören sie es blöd nicht Nein Ich hätte etwas Vorher schießen sollen Achso Zug, stimmt Meine Güte, ja Sechs Züge? Ach, wer weiß Ich werde mir schon viel Schaden gemacht Wir haben Sie böse gewischt Ich komme es bei mir aber jetzt nicht so einfach durch Ach stimmt, ich habe noch immer nicht Ding Krass Werkzeug Ding Ja, das würde ich jetzt auch nicht so Wir haben die Kette repariert Was ist eigentlich der schwere Panzer Achso, okay, der ist dort Hat sich erledigt Also der eine ist Okay, der ist so umgefahren Aber ich glaube wir werden das jetzt gewinnen Ich möchte schon diese Verzögerung Ja Schon heftige Verzögerung bei mir Ja, ich muss echt mit Laden spielen Aber Ich brauche noch ein Ladenkabel Eine wäre dann verknüpft Und das wäre auch noch für zwei Wochen Oder für drei Also bis meine Eltern weg sind Also bis meine Eltern wieder kommen Nein Der Sieg ist unser Ich werde eigentlich tot Habt ihr das gesehen? Ich werde eigentlich tot Ich werde eigentlich tot Spielt bei Stufe 7 Wie müssen wir das noch haben? 11.000 sind wir Ja, was davor steht Ich werde nicht Beste ich werde nicht Ich werde nicht 12.000 Tiefen Aber dann zu 100 Kaufbar ist fast eine Mülle 200 80.000 aber ich habe 100.000 wir werden mit dem spiel maler und sich das jetzt gerade nicht zu spielen die map ist gut die map ist gut ja eine neue map hochladungsgeschoss hat aber sie gibt sind fünf und also fünf hier schon haben kann keine 500 sind hier munitionsarten selber auswählen woher sie vor ist für sie kann hat den premium panzer brechen hat kein geschoss apc hola das geschoss das ist gold ich bin ein bisschen zu früh hier da erstmal alle in stummen weil es müssen mal wieder ja denke ein paar leute die können wir reden wenn man hier spielt ja los geht was denn sonst mir nach diese panzer sperre ich würde auch nach hier auch gleich eine kurze nektar nein ich würde dich jetzt nicht blocken ich würde dich jetzt nicht blocken ich würde mich nicht blocken MAAAAN ich würde mich nicht blocken nur einen blocken zu犯ert 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 Ich bin der Besten. Juhai, wäre am besten, ich hoffe nicht, dass mich Arty jetzt gesehen hat, sonst bin ich futsch. Er ging nicht durch. Ich bin auch Fünfer, was glaube ich, du bist Fünfer und sagst ja, wieso sind die Fünfer da? Das ist eine Sache, oder? Konzentrat Ich weiß, dass hinter mir jetzt was kommt Ich bin behindert hier, kritischer Treffer zweimal, dann quatsch ich ihn lieber, ganz ehrlich, bevor ich... ja... Einfach so abkratze ohne... irgendetwas... Oder sowas hätte ich jetzt... Naja... Hm... Ich merke, dass nicht genug Durchschlag, also... Da fehlt was... Da fehlt was... Definitiv... Ja... 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 Ja, das war einfach mal...